Einige Abgänge stehen bereits fest und bald musst du dich endgültig von diesen Spielern verabschieden. Aber bevor ich es dir erzähle, überprüfe, ob du ein echter Fan bist und schon den Kanal abonniert hast und aktiviere die Benachrichtigungen, um immer über alle Neuigkeiten informiert zu sein. Eintracht Frankfurt organisiert weiterhin seinen Kader für die nächste Saison und viele ausgeliehene Spieler werden in diesem Sommer zum Verein zurückkehren. Allerdings wird nicht allen eine Zukunft im Team garantiert. Für viele Profis von Eintracht Frankfurt, die in der letzten Saison an andere Vereine ausgeliehen waren, enden die Laien nun. Infolgedessen kehren diese Spieler zum Verein zurück. Dennoch werden nicht alle bleiben. Einige werden erneut ausgeliehen oder endgültig verkauft. Der Sportdirektor von Eintracht, Markus Krösche, erwähnte, dass Paxton Aaronsson, der ein Schlüsselspieler bei Fitesse Arnhem war, wahrscheinlich erneut ausgeliehen wird. Trotz seiner guten Leistungen in der ersten niederländischen Liga konnte der Klub den Abstieg nicht vermeiden. Christian Jakic hat sein Schicksal bereits bestimmt. Der Kroate, der mit Kaufoption an den FC Augsburg ausgeliehen war, beeindruckte und wird im Team bleiben. Der FC Augsburg hat die Kaufoption für Christian Jakic ausgeübt, sagte Krösche und fügte hinzu, dass Eintracht Frankfurt eine Ablösesumme von etwa 5 Millionen Euro erhalten habe. Die Situation von Faride Alidu ist noch ungewiss. Er wurde mit dem 1. FC Köln in die 2. Bundesliga abgestiegen und die Rheinländer entschieden sich laut Express, die Kaufoption nicht auszuüben. Krösche erklärte, dass noch nicht klar sei, was mit Alidu geschehen werde. Die Zukunft von Jessigen Gangkam ist ebenfalls ungewiss. Krösche betonte, dass der Spieler mehr Spielzeit benötigt, was eine weitere Ausleihe oder sogar einen Verkauf bedeuten könnte. Adlerträger, erzähle mir in den Kommentaren. Ist es für dich wichtig, diese Spieler im Kader zu behalten? Ja oder nein? Vergiss nicht, den Like-Button zu drücken, um deine Unterstützung für den Verein zu zeigen und abonniere den Kanal, indem du die Glocke aktivierst, um immer benachrichtigt zu werden, wenn ein neues Update-Video veröffentlicht wird. Ich freue mich darauf, dich im nächsten Video zu sehen.